Musik Musik Und da in Linz sieht man mal wieder, wie viele interessante Leute es eigentlich am Markt gibt, die miteinander reden wollen. Musik 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 4.0 bietet zum einen natürlich sehr viel Mehrwert für den Kunden durch neue Dienstleistungen, durch neue Verfügbarkeit von Technologien. Und zum anderen natürlich auch viel Einsparungspotenzial, also Wettbewerbsfähigkeit wirklich für die Unternehmen. Musik 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 Digitalisierung, Industrie 4.0, wie man es ja immer nennen will, digitale Transformation kommt, ist schon da. Also ich würde sagen, wann, wann nicht jetzt.